Eine Wurzelbehandlung, auch Endodonti genannt, ist eine zahnarztliche Behandlung, die notwendig wird, wenn das Zahnmark, auch Pulpa genannt, Entzaheinviertel endet oder infiziert ist. Dies kann aufgrund von Caries, Trauma oder anderen Faktoren auftreten. Das Ziel einer Wurzelbehandlung ist es, das Entzaheinviertel endete oder infizierte Gewebe zu entfernen und den Zahn zu erhalten. Die Kosten einer Wurzelbehandlung variieren je nach verschiedenen Faktoren. Zu diesen Faktoren gehören die Schwere der Entzaheinviertelndung, die Anzahl der Wurzelkanale, die betroffen sind, der Standort des Zahns im Mund und die Art der verwendeten Materialien und Techniken. In der Regel sind Wurzelbehandlungen teurer als eine einfache Zahnvereinviertelung, da sie einen haheren Zeitaufwand und die Verwendung spezieller Instrumente erfordern. In Deutschland liegen die Kosten F1R eine Wurzelbehandlung im Durchschnitt zwischen 300 und 800 Euro pro Zahn. Dies beinhaltet die Diagnose, die Wurzelbehandlung selbst und die Nachsorge. In einigen F1R kann es notwendig sein, den Zahn mit einer Krone zu A1Viertelbehrkronen, um seine Stabilität und Funktionalität wiederherzustellen. Die Kosten F1R eine Krone kann Ihnen zusätzlich zu den Kosten F1R die Wurzelbehandlung anfallen und liegen in der Regel zwischen 500 und 1000 Euro. Es ist wichtig zu beachten, dass die Krankenkassen in Deutschland die Kosten F1R eine Wurzelbehandlung nur teilweise oder gar nicht A1Viertelbehr nehmen. Daher ist es ratsam, eine private Zahnzusatzversicherung abzuschlieien, um sich vor unerwartet hohen Kosten zu Scha 1Viertel ziehen. Mit einer Zahnzusatzversicherung kann Ihnen Sie einen Großteil der Kosten F1R eine Wurzelbehandlung und andere zahnarztliche Behandlungen abdecken und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine Wurzelbehandlung in der Regel nur dann erfolgreich ist, wenn der Zahnarzt alle betroffenen Wurzelkanale GAA ein Viertel endlich reinigt und desinfiziert. Wenn dies nicht ordnungsgemei durch Gefahr ein Viertel HRT wird, kann es zu Komplikationen wie Infektionen oder Abszessen kommen, die zusätzliche Behandlungen erfordern und die Kosten AHA hin kann ihn. Um die Kosten einer Wurzelbehandlung zu reduzieren, sollten Sie regelma-eig zur Vorsorgeuntersuchung gehen und Ihre Zahnarzt und Ihr Zahnfleisch gesund halten. Eine gute Mundhygiene, einschläheilig regelma-eigen Zahnarzt und Zahnseidennutzung kann dazu beitragen, Karies und Zahnfleischerkrankungen zu verhindern, die zu einer Wurzelbehandlung F1R ein Viertel renn kann ihn. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass eine Wurzelbehandlung eine notwendige zahnarztliche Behandlung ist, um den betroffenen Zahn zu erhalten und Schmerzen und Endzahnviertelendungen zu lindern. Die Kosten einer Wurzelbehandlung kann ihn je nach verschiedenen Faktoren variieren, liegen aber in der Regel zwischen 300 und 800 Euro pro Zahn. Es ist ratsam, eine Zahnzusatzversicherung abzuschlieien, um sich vor unerwartet hohen Kosten zu Scha 1 Viertel 10 und regelma-eig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, um weitere Behandlungen zu vermeiden. Spür 2 Spür 2 Spür 2 Spür 2